DTZ, Papa, Sera 1, Gegenanflug bis 34. DTZ, ich mache gerade das gleiche, wo ist die andere Maschine? Wir sind am Anflug vom Gegenanflug. Ich auch. Wir sind im Gegenanflug über dem Main. Ich habe euch noch nicht im Blick. Direkt über der Mainkurse. Ja, da bin ich auch. Fr. 739A, Anki, Wind ist 25, 0 degrees, 12, NG, 17, NG 34 in use, Temperature 14, dew point 7, Q&H in official, 1016. Copy all, mit 1716. Ja, wir wollen eine lange, rechte Base für 34, kommen in von Rinex, ob das okay ist. Fr. 739Y, roger, wir haben zwei Arbeiten auf Rundweg 34. DTZ, traffic inside, ich mache nochmal einen 360. DTZ, Papa, Sera, Tritt 1, Queranflug bis 34. DTZ, Wind 270, Grad 1, 0, 0. Das ist ja. Bei uns ist das Flammen an, wir haben die Maschine 100 Fuß, aber nicht in Sicht. Das ist ja. DTZ, dreht ein, in rechten Querenflug, zu 34. Okay, Maschine in Sicht, das sind wir uns. Offensee, ja. Offensee, das ist ja ganz langsam, ich glaube, ich muss nochmal abdrehen. DTZ, Papa, Sera ist jetzt ein, in das Flugflug bis 34. Ja, DTZ, wenn du ein bisschen eng machst, ruhig noch einen Vollkreis links. Ja, ja, ich mache es jetzt nicht über das Dorf, sondern guck mal. Speyer, hello again, Fr. 739Y. Ja, go ahead. Ja, wir haben gerade direkt nach Speyer geschlossen, also wir kommen in vom Norden, um einen rechten DTZ für 34, ist das okay? Fr. 7, R. Jeng, hier, roger. DTZ, können wir am Norden parken? Ja, was habt ihr vor, für wie lange? Circa 2 Stunden. Demolkruppe auf Gras? Ja. Ja, gerne. Gut, danke. DTZ, joining right base for 34. DTW, wind 250 degrees, 15 knots. Ja, wir habenедин کے laundry Roboter, Tein Toral, die der die Kufe und eine Frau Pois oder die Werte, die andere ähnende? Ja, jetzt ist einmal in der Tape. Untertitelung des ZDF, 2020 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 5.8. Schönen Tag noch. Tschau.